Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder eine spannende Dividendenaktie für euch dabei mit über 9% Dividendenrendite. Für mich das Ganze auch recht nachhaltig. Sie sind ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler und haben auch einen positiven Ausblick für die Zukunft. Seid gespannt, um welche Branche, um welchen Titel es geht. Auf jeden Fall für Dividendenjäger, glaube ich, ein wirklich spannender Titel. Und da würde ich sagen, wir starten jetzt gleich direkt rein und schauen uns gemeinsam an, um welchen Titel es heute geht. Wir schauen uns die Kernzahlen, die Kennzahlen gemeinsam an, gehen auf den Chart zusammen ein und dann eben auch auf den Dividendencheck und auf den Qualitätscheck, um so ein bisschen die Aktie zu bewerten, wie sie denn aktuell dasteht. Und dann würde ich sagen, wir legen jetzt hier schon direkt los. Ja, und die Aktie, die ich für euch heute dabei habe, ist die Altria Group. Altria kennt eigentlich, glaube ich, jeder von euch. Sie sind ja im Bereich Tabak unterwegs, haben auch einen Teil Getränke, also so bestimmte Weinsorten und so mit an Bord. Sie sind hier aber auf jeden Fall mittlerweile ein Unternehmen mit Burggraben und einer der größten der Welt in ihrem Bereich. Und wir schauen uns dann auch gleich den Chart zusammen an. Erstmal die wichtigsten Kerndaten. Wir stehen bei einem Kurs von 44,40 Dollar, konnten jetzt auch auf Wochensicht wieder ein gutes Stückchen anwachsen, haben eine Marktkapitalisierung von stolzen 71,3 Milliarden Euro und eben eine Dividendenrendite für 9,1 Prozent planmäßig und sind trotzdem attraktiv bewertet momentan. Wir haben ein Kursgewinnverhältnis von 8,75, also ein einstelliges KGV. Natürlich, ich weiß, viele von euch sagen, KGV ist hier nicht das Nonplusultra. Ich finde es trotzdem eine wichtige Kennziffer und eher das zukünftige KGV. Das schauen wir uns auch gleich zusammen an. Der Gewinn pro Aktie liegt bei 4,61 Euro für dieses Jahr und soll auch weiter gesteigert werden. Und auch wenn wir uns hier das Greener Rating anschauen, 4 von 4 Sternen, dann sieht es auch hier sehr gut mit der Bewertung aus. Und jetzt springen wir mal direkt auf den Chart über. Wenn wir uns da den Jahreschat anschauen, dann sind wir aufs Jahr gesehen zwar so ein bisschen unter die Räder gekommen, bis auf 39 Dollar, haben jetzt aber die Spur zurückgefunden und sind ungefähr auf Vorjahresniveau unterwegs. Auf Dreijahressicht gesehen sieht es etwas schlechter aus, in Summe mit den Dividenden aber wieder deutlich positiver. Und wenn wir uns jetzt mal die Maximalsicht anschauen, dann schaut es wirklich sehr, sehr gut aus. Wir kommen so irgendwo aus den 70er Jahren von ca. 50 Cent her, also 0,50 US-Dollar und haben es in der Spitze sogar hier bis zu knapp 74, 75 US-Dollar geschafft. Wenn wir mal den Fünfjahreschart aufmachen, auch dann sehen wir, dass wir relativ geringe Volatilität haben. Wir sehen es auch, die 30-Tage-Volatilität bei 19% ist noch okay. Und jetzt schauen wir uns mal die Kennzahlen dazu an, auch gerade so die zukünftigen Kennzahlen, wie soll es mit dem Gewinn weitergehen. Und der soll stetig steigen, also in jedem Jahr so um die 4-5% im Schnitt, dieses Jahr sogar 9,7% Gewinnwachstum geplant. Und wenn wir uns die Dividende in Euro anschauen, soll die auch weiter steigen. Also wir sehen es, die Dividendenrendite soll dann sogar gegen 10% gehen. Wenn ihr natürlich persönlich noch einen geringeren Einstiegskurs habt, vielleicht sogar vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, habt ihr eine deutlich, deutlich höhere Dividendenrendite und könnt ihr wirklich satte Dividenden mitnehmen. Wir haben einen Cashflow-Jahr-Aktie, der auch nochmal gesteigert werden konnte auf 4,83 Euro je Aktie. Der Umsatz ist recht beständig. Wir haben hier natürlich keinen Wachstumstitel mehr, aber wir halten den Umsatz ungefähr auf Waage, kann man sagen. Und das Einzige, was man hier natürlich schon im Blick haben muss, ist Thema Verschuldungsgrad und die Eigenkapitalquote. Das sind zwei Werte, die wirklich nicht gut sind, die sind eher negativ gesehen. Und was man hier aber wieder positiv sehen muss, sind die Margen. Die sind in dem Geschäft sehr, sehr groß. Die EBITDA-Marge liegt bei 59,4% im letzten Jahr. Die Gesamtkapitalrendite bei 24 und Eigenkapitalrendite ist das Einzige, was wirklich sehr negativ ist, weil wir hier einfach einen Negativwert sogar haben. Cashflow-Margen aber wiederum sehr, sehr stark. Also es sind natürlich hier so gemischte Zahlen, was die Rentabilität betrifft. An sich sehr, sehr starke Margen, aber eine schlechte Eigenkapitalrendite. Das heißt, man muss schon ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich soll der Gewinn aber weiter vorangetrieben werden. Und die Dividende ist auch durch den Gewinn gut gedeckt. Wir haben irgendwo so eine Ausstellungsquote um die 80%, ein bisschen drüber, 80, 90%. Für mich aber trotzdem noch gegeben. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr als Dividendeninvestoren Altria in eurem Depot habt und was ihr hier für die Zukunft glaubt. Wir schauen uns jetzt mal den Qualitätscheck an und der fällt auch okay aus. Wir haben 9 von 15 Qualitätspunkten. Wir haben natürlich kein großes Umsatzwachstum über die letzten 5 Jahre. Wir sind eher beständig geblieben. Aber, und wir sehen es, die Rendite hier, Nettogewinnmarge, die sehr, sehr stark. Also grundsätzlich die Profitabilität, wir haben es ja auch gerade schon gesehen, die ist mega gut. Die Kursentwicklung ist okay. Wir haben eine geringe Volatilität, wie eingangs auch schon gesagt. Aber, und das wirft so einen leichten Schatten, ist das Thema Sicherheit und Bilanz. Also die Finanzverschuldung hier bei 68%, die ist schon sehr, sehr hoch. Und da muss man schon schauen, dass man sich ein bisschen saniert, weil sonst kann es ja mal in schwierigeren Zeiten wirklich holpriger werden. Der Dividendencheck, der schaut wiederum sehr gut aus. 11 von 15 Punkten ist für mich wirklich ein guter Dividendenzahler. Im Durchschnitt auf die letzten 3 Jahre satte 8,39%. Erwartet in diesem Jahr knapp über 9% und im nächsten Jahr sogar 9,5% auf den aktuellen Kurs gesehen. Wir haben eine Kontinuität der Dividende von 14 Jahren, eine Stetigkeit auf 10 Jahre von 100%. Also schon einen sehr, sehr zuverlässigen Dividendenzahler und ein Dividendenwachstum auf 10 Jahre von 7,63% pro Jahr. Die einzigen Punkte, die wir eben momentan verlieren, ist so beim Thema Stabilität im Umsatzwachstum und Finanzverschuldung. Das zieht uns die Punkte hier so ein bisschen nach unten. Aber sonst die restlichen Margen, die sind ja wieder, wie gesagt, positiv. Kursgewinnverhältnis wirklich hier einstellig. Das heißt, wir sind auch schon relativ attraktiv bewertet. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Ist für euch Altria ein Kauf? Ist es kein Kauf? Ganz wichtig ist natürlich immer keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Muss jeder für sich selber entscheiden. Gibt es auch so ein bisschen immer das Für und Wider jetzt auch in der Tabakbranche. Natürlich, das muss einer ethisch für sich entscheiden, ob das okay ist. Rein aus Rendite-Sicht gesehen auf jeden Fall attraktiv bewertet. Und mich würde wirklich brennend interessieren, was ihr denkt. Unten reinschreiben. Und wenn euch mal ein Video um meinen Kanal gefallen hat und ihr noch nicht dabei seid, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Drückt noch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gemeinsam beim nächsten Video. Ciao!